Oh, ist mir langweilig. Ich spiele mal ein bisschen wie es. Oh, Rechnungen, 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 Rechnungen. Oh, Kreisbarkasse. Oh, da muss ich sofort hin. Nach dem Spiel. Und ich bin fertig. Ich bin da. Jetzt gebe ich die Kanzel ein. Das war richtig. Und jetzt auch noch den Pin. Oh, das geht's ab. Ich will 100 Euro, bitte. Du brauchst meine 100 Euro. Das war aber nicht sehr höflich. Das war nicht gut, die 100er Anfang. Also, ich kaufe mir sowas. Ich kaufe mir sowas. Ich nehme das mit. Meine Spiele. Ich spiele dir jetzt alle durch. Aber vergiss nicht, das sind alles nur Rechnungen. Also, jetzt geht's, geht's, geht's. Bis zum nächsten Mal.